Stefan, du sagst mal, dass man mit deinem Handy wegen der Sprachnachricht gegen dein Mikrofon halten möchte, nämlich dass er meine Stimme hört. Ja. Ja, ich wollte ihm sagen. Eigentlich ist meine Stimme eigentlich komplett scheiße, nicht mehr so. Ja, keine Ahnung warum, also, ja, und ja, falls man es eben halt auch durch diesen einen, keine Ahnung, was du da im Mikrofon hast, ich würde ihm sagen, Mina, falls du es hörst, ich liebe dich über alles. Bisschen beteilten Traummann, okay? Verstehst du es? Danke, ich wollte es einfach nur mal sagen, okay? Ähm, ja, okay. Also übertrieben war es überhaupt gar nicht. Nein, es war nicht übertrieben. Nein, nein. Keine Ahnung, hat man das Wasser da im Hintergrund hört, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich liege hier gerade einfach im Bett, ich schreibe hier über mein, über mein Tablet und, ja, und auch über mein Handy. Also mit meinem Handy mache ich immer den, also mit meinem Handy schreibe ich immer über Warten und so und halt mein, ähm, ähm, äh, ja, äh, mit meinem Tablet tue ich eben halt immer YouTube gucken und so und, ja. Also, ja, das muss ich jetzt mal sagen und, ja, lalalala, würde ich mal sagen, Therese geht dann auch irgendwann bald mal ins Bett, ich bin saumüde, ist es wirklich so, ich bin saumüde, okay, ja. Keine Ahnung, wo er hin ist, ich weiß es nicht, ich bin halt ein bisschen zu dumm dafür, keine Ahnung, wo er hin ist, ich weiß es nicht, er schreibt auch gar nicht mehr, aber es ist ein Zuschauer dort, nur einer und das bin ich. Wo ist er, hä? Ich verstehe es gerade gar nicht.